Einen wunderschönen 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 Herzlich Willkommen zurück zu die Sims 4, die 100 Baby-Challenge. So, ich habe ein paar Einstellungen getätigt und ich könnte jetzt, wenn ich wollte, könnte ich bestimmt sogar meine Elena ja, aus der Schule rausnehmen. Das weiß ich bloß nicht. Wie ich das am dümmsten machen muss? Sie könnte einen Job kündigen. Das heißt, sie würde die Schule kündigen. Das wiederum heißt, sie könnte sich komplett auf ihre Kinder konzentrieren. Aber ich bin der Meinung, eigentlich wollte ich es nicht. Denn ich persönlich habe in meiner Lehrzeit auch ein Kind bekommen und habe meine Lehre dennoch durchgezogen. Und das möchte ich wenigstens für Elena auch, dass sie ihre Schule abschließt. Es wird fucking anstrengend. Es wird echt verzerrt. Aber eigentlich, wie gesagt, möchte ich, dass sie ihre Schule abschließt. Ihr könnt mir ja gerne mitteilen, ob ihr das auch so seht wie ich. Oder ob ihr sagt, Mensch, Sarah, das ist ein Spiel. Let's do it. Oder wie gesagt, ob ihr der Meinung seid, nein. Wir möchten auch im Spiel ein bisschen Wirklichkeit, Realität wahren. Und lass sie bitte in der Schule. Wir werden sehen. Ihr habt sie in der Hand. Wenn ihr gar nichts sagt, dann mache ich es nach meiner Nase. So, jetzt hier muss ich mal kurz gucken. Wir fangen mal bei Moritz an. Moritz geht ins Bett. Ich tue Moritz jetzt ins Bett stecken. Es ist um 9 Uhr, dann ist es Zeit fürs Bett. Sobald sie fertig ist, geht sie auch schlafen. Und sie muss nochmal aufs Klo. Das kann sie jetzt gerne tun. Und dann geht Veronika auch schlafen. Der junge Mann ist jetzt gerade aufs Klo. Dann holt er sich was zu essen. Der müsste dann auch nochmal aufs Klo. Dann muss er jetzt aber warten. Also erstmal Hausaufgaben machen. Wir müssen ihn verfolgen. Und dann tust du Stinkewindeln wechseln. Ne, du stinkst. Nicht dein Kind stinkt. Du stinkst. Muss er das noch wegwerfen? Sag mal. Sag doch, der Junge ist besoffen. Mach jetzt deine fucking Hausaufgaben. Mach jetzt deine fucking Hausaufgaben. Hausaufgaben machen. Dann mach ich angefangen. Wie soll denn der je wieder eine Eins in der Schule bekommen? Der ist durchschnittlich. Warum? Ja, du gehst jetzt nochmal nicht duschen. Du gehst jetzt erstmal aufs Toilette. Du gehst jetzt erstmal aufs Klo, hab ich gesagt. Dann gehst du duschen. Und dann gehst du schlafen. was denn die Hausaufgaben macht. Was hins denn da die Hausaufgaben macht? das ist auch okay dann gehst du jetzt in dein bett jeder von raum zu raum das ist ja anstrengend der typ ich werde noch mal wahnsinnig mit dem kerl also ganz ehrlich stehen auf nur der 1 kriegen niemals niemals kriege ich den auf eine 1 die muss schlafen wenn sie zeit dafür findet gut gemacht diese hause erfüllt die bedingungen in der nächsten abrechnung müssen wir weniger bezahlen sehr schön eingeschlafen ja ist so anstrengend ein kleinkind beim rutschen helfen vielleicht hat das kind einfach naja ja geh auf klo und dann tust du mal bitte hier oberflächlich reinigen also das sieht ja aus ich muss ja auch gleich noch reinigen und dann kannst du mal bitte sie wahrscheinlich saugen waschen erst mal hausarbeit machen wenn mutti mitten in der nacht schon aufsteht muss sie erst mal hausarbeit machen ist halt nicht besser oder hinten ist wäsche die müssen wir waschen jetzt hätten wir schon wieder ein kinder zimmer als ein kleinkind zimmer zu viel so das ding ist sobald die zwei säuglinge werden werde ich sie wieder los schicken neues baby machen aus dem einen werden wir auch ein zwillingszimmer machen und zwar aus dem das mache ich gleich sonst vergesse ich das so 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 Und Elena wird dann auch langsam anfangen, was anderes noch zu lernen. Sag mal, er hat auch gesoffen, oder? Sowas Freches! Elena ist hyperfokussiert. Ja, die schläft. Lass sie bitte schlafen! Man weiß nicht, wie lange. Hallo? Ja, was mache ich jetzt? Wie geht das? Ich habe so großen Hunger. Ja, deine Kinder auch. Also, wenn ich so früh abstehen würde, ich glaube, da würde ich auch platzen. Ja, ich hatte auch sowas wie ein Kind, aber... Tu mal Rester nehmen und dann tust du mal das und das aufräumen. Hallo? Kannst du gleich mal hier Rester nehmen? So. Und du tust auch Rester nehmen. Sehr schön. Als erstes auf Klo. Und duschen. Und Zähne polieren. Gesichtsreiniger auftragen. Akne abdecken. Meine Eltern und die Leute werden. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie sollte ich das machen? Ich weiß nicht. Da bin ich meine Sachen. Und ich weiß nicht. Wenn ich mich immer wieder ans Whenever? Und ich weiß nicht. Dass ich mich nicht. so du bist fertig mit essen sehr schön da kannst du mal bitte auf dritte gehen schnell durch und fähneputschen und dann kannst du noch schnell deine hausaufgabe machen so hoher stress für elena jetzt so und du darfst jetzt auch dein rester essen du kannst auch hier so tun als ob so tun als ob spielen weltraumforscher jetzt alles eingepflanzt jetzt alles gießen und dann tust du alles ernten ist das geil oh hier halt stopp madame wir fragen jetzt mutti nicht umraten mutti hat jetzt gerade keine zeit du kannst dir bitte auch rester nehmen und dann hüpfst du mal durchs bad wenn das noch schaffst so und jetzt bitte wegwerfen und wegwerfen so die braucht dann spaß da könntest du eigentlich mal hier ein kurkettes gemälde machen ok wir müssen erst zum baby gehen ok du bist auch wach eine dusche nehmen hey das wäre berührend schuss schuss ach so und wir müssen ja für heute ganz wichtig heute hat veronika geburtstag und die zwillinge und die zwillinge lassen wir wieder älter werden wenn sie älter werden halt nie das heißt veronika bekommt ihr eigenes zimmer und das heißt wir können wieder hier was anbauen mal schauen was es für ein zimmer wird zwei linke hände geschicklichkeit nicht mag hör von mir aus so du wolltest bestimmt duschen gehen such weiter das war wieder das spielzeug was weg war und dann tust du hier wegwerfen und aufwischen rirene ist fertig endlich der garten ist einfach nur irre er hat so was vergessen da hinzusammeln und dann wünscht das geschenk sei dankbar für jedes geschenk was du hast wir fangen mal wieder von vorne an madame hat echt da geht es echt nicht gut es gab doch auch einen mann für sie der gut zu ihr gepasst hat war das nicht sogar scott scott ist verheiratet die sims heutzutage der hat gut zu ihr gepasst ruf den mal an und während dann lena in der schule ist kümmert sich die mutter um die zwillinge nein alle schüler allein weg schicken nein ich will mir das jetzt nicht ansehen so du könntest aber mal bisschen geld verdienen und mal ein klassisches gemälde das macht außerdem spaß hier skeena oh 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 so jetzt sind sie alle weg ich werde dann auch demnächst das erste haus setzen ich weiß noch nicht genau wohin es wird ein kleines haus werden für ben einfach damit er ein eigenes haus bekommt und wir wollen jetzt noch ein bisschen geld verdienen für el was ist los für veronika für ihr eigenes zimmer ich würde gleich noch mal zum abschluss obwohl nein zwar mir in der nächsten folge ich würde jetzt die folge beenden und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen tag und in der nächsten folge werden wir dann das geburtstag feiern also bis dahin ciao